Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf der Traumschleife Kasta Felsenfahrt. Diese Tour hat etwa 9 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann kommt mit. Eigermäuer, heute sind wir in Kastl unterwegs. Das heißt in Rheinland-Pfalz und guten Morgen. Vielen Dank. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Zitzen, Zitzen und Zitzen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's. So, dann können wir die Hälfte reinigen. Das ist nur die halbe Hohlgang, die wir noch nicht verankern. Kommen wir da rein? Da hinten. Ich bin halt ewig da. Da rausst du sie dazu? Sarah, geh einfach. Ah! Das ist vielleicht auch. Ich bin halt ewig da woche. Das ist noch. Ich bin halt ewig da. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist eine schlaue Idee. Aber man kann ja sagen, da hat man ja nicht recht. Das ist auch recht bequem, man kann prima drauf essen. Marco, Reinhold, Messner, werst du jetzt? Da ist er jetzt runtergefallen. Und da oben ist der Hasch drauf, ohne Stecke. Ah ja. Warte, bei wem ich das doch gleich schicke. Das ganze Video. Jo. Oh. Oh, ich bin die Trance. Oh. 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 und Noch etwa 1,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour hat uns gut gefallen, vor allem wegen den schmalen Pfaden und dem Highlight Altfels. Von da oben hatte man echt eine fantastische Aussicht, Daumen hoch dafür. Was wir uns gewünscht hätten, da er Kastler Felsenpfad heißt, hätten wir uns von den Fahrtanteilen mehr gewünscht. Aber dies war leider nicht so. Für unseren Geschmack waren es zu viele breite Wege. Naja, was soll's. Aber die Tour ist auf jeden Fall zu empfehlen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao! Alle machen's gut! Ciao! 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 Noch etwa 1,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Zählen. Die Tour hat uns eigentlich gut gefallen, vor allem wegen den schmalen Pfelsen und Pfelsen.